Südafrika, ein Land so groß wie Frankreich, England und Deutschland zusammen. Eine Welt in einem Land, beeindruckend, vielseitig, faszinierend. Ein Land für Afrika-Einsteiger, mit einer geführten Gruppenreise, mit Mietwagen oder ganz individuell mit dem eigenen Fahrzeug, wie wir es bereisen. Wir beginnen in Port Elisabeth, fahren entlang der Gartenroute bis Kapstadt, besuchen verschiedene Weinregionen und kommen auf der Route 62 zu den Straußenfarmen um Auzhorn. Durch eine abwechslungsreiche Landschaft erreichen wir in den Drackensbergen über den spektakulären Sanipas das Dach Afrikas. Nach dem Zululand und dem Swaziland wird es dann in der Tierwelt des Krüger Nationalparks richtig spannend. In einem abschließenden Highlight erleben wir die spektakulären Victoria-Wasserfälle im Dreiländereck, Botswana, Sambia und Zimbabwe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020